moin leute und herzlich willkommen zurück zu phasmophobia wir sind heute im sunny meadows restricted ich hoffe das ist die kleinere map davon weil die große ist nicht zu groß genau wir sind mit der jatze unterwegs wieder mal wie immer eigentlich ja ja wir sind schon gutes geister team ja so ja manchmal schon wie heißt denn der geist jennifer night weißt du was geil wäre wenn der geist alexa heißen würde nightrider kommen im auto angedüst quatsch dich kid voll ich habe einen motor aber kein strom ich bin total überfordert ich habe das jetzt eine weile hier schon nicht gehabt ja so warte mal aber alexa wäre auch cool so alex alexa gibt mir ein zeichen so erst mal einkaufsliste dieser schall in diesem raum ja ja kling kling du wackelst voll hier vor mir rum ich wacke mit den hintern ja und hier ist doch die ja ich mit der kapelle ja ich hoffe dass es gibt keine größere ich weiß gar nicht ob der geist immer hier steht ein schrank jetzt wir haben drei grad in der kapelle schön dass ich dich unterbrochen habe aber das musste sein hier ist irgendwie ist der geist immer hier in der kapelle ja hier ist auch die spiel uhr jetzt haben wir irgendwie gefühlt jetzt habe ich hier acht grad vier grad nö ist doch in ordnung ich möchte euch alle zu diesem gottesdienst willkommen heißen bitte nehmen sie platz hat ich lese vor seite 4 absatz 3 von amadeus 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 die macht nix die spritze oder keine ahnung setzt jemand schuss hilfe hier ist ein verkrackter so soll die sein weiß ich nicht ach so das ist ein update wenn der geist jetzt kommt kannst du ihm mit der spritze verjagen ja sicherlich ja musst du hingehen und hingehen und maustaste drücken ja ehrlich das funktioniert aber nur wenn er handtet ja komm du laberst doch schon wieder ein nein ehrlich du kannst mir vertraut wann habe ich dich hier mal in dem spiel verarscht ja das kam schon öfter vor ich dachte man könnte damit was machen aber kann man nicht du kannst den geist damit verscheuchen der ist nämlich claustropho nicht claustrophobisch der hat angst vor nadeln ich hole mir im stuff rein kann es nicht reden ne irgendwie nicht so wirklich ich glaube nicht jagen weil nein bist du kacken drückst das so was können wir denn noch hier alles mitnehmen wir können mitnehmen den gottsprojektor den brauchen wir sowieso und buch ich habe meine eigene bibel ging eine tür irgendwo das warst du woher weißt du das ding ding das ist ja krass also du hast richtig skill im herausfinden ob du verarscht wirst die spritze hast du mir nicht abgekauft die klingel ja die spritze also das glaubt ihr ja keiner könnt ihr mal die kommentare schreiben wer hätte diesen quatsch geglaubt man sieht ja die facecam und ich habe ziemlich dolle gegrinst glaube ich ich lege noch mal eine bibel auf die bank jennifer night schreibe meine bibel doch einer gesungen wo gerade wo hier drinnen also in der in der kapelle hier ist ein schrank vor der tür auch hier ist noch eine tür habe ich doch gesagt ja diesmal können wir nach rechts gehen ich habe jetzt hier kein thermometer dabei nein also hier ist noch ein kleiner raum mit liegen ich spuck die ganze zeit reden ist ja widerlich ich komme erst mal mit raus ich hole noch mal ein bisschen stuff rein das ist ja auch noch eine tür ich muss mir gleich noch mal das thermometer nehmen und die nebenräume durchsuchen vielleicht ist er ja gar nicht in der kapelle hier sind sieben grad das sind alles decken kameras hier ist meine kamera also über unsere kamera sehen wir gar nichts die drei ich gucke noch mal mit der geister box also und thermometer wollte aber das habe ich ja drinnen wo ist denn hier eigentlich der stromkasten wär mal ganz gut gibt es hier ein stromkasten hä wir haben das denn gewesen hä oder ne achso am eingang gleich links mach mal an bitte ja ich bin unterwegs das ist jetzt hier ein grafik fehler strom ist an um es an ja hier geht gar kein licht doch hier ist noch ein raum das licht ist quasi gar nicht existent hier fünf grad ein lumen wo bist du denn lang gegangen hinten also ja durch die türen also rechts bei der kapelle die tür da lang alter hier gibt es noch voll viele türen junge ach du gott hier ging es noch weiter hier sechs grad ja eine tasche steht hier da kann man reingucken oder das ist doch ziemlich groß hier ne willst du die mitnehmen ist das ist das deine neue klatsch ja die sieht ja todschick aus also hier waren gerade so temporär oh ja hier muss irgendwo was sein wo war das wo ist hier ein telefon ist das telefon bei dir was für ein telefon hier klingelt doch die ganze zeit ein telefon hier ist nur hier ist ein wecker oder ist das der wecker der wecker hier gefriertemperatur ich hab den raum hä wo denn hier bis rechts links links hier 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 klingelt auch der wecker hier lag auch die tasche auf dem boden und der wecker hat geklingelt und ich hatte gerade minus elf ja ich sehe es gerade einmal im atem den wecker kann ich gar nicht benutzen hörst du das jetzt was denn hörst du das nicht was denn der wecker da siehst du das nicht oh oh das war ich mit dem wecker und davor war ich es auch ich habe das nebenan gemacht ich habe immer den wecker angemacht und aus du bist ein jaffel ey hörst du nicht das telefon was für ein telefon ich gehe bestimmt drauf gleich bist du noch drinnen ich hole nämlich gerade die kamera weiter ist das gruselig war das gerade ingame oder habe ich das hier gehört ich gehe davon aus dass du bist du bin ich dachte du bist draußen äh ich habe doch gesagt die bestimmt gleich drauf ich habe mal im herzen pack bekommen tasche ey ok ich hole noch den dots projektor warte ich lass dir die kamera hier auf dem bett ne ich geh jetzt komm jetzt mit ich will gucken wie meine sanity sind wieso gehst du so komisch abgehakt du gehst auch so echt ja fällt mir gar nicht auf ey wo muss ich denn hier lang ey rechts und links ja du gehst genauso äh 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 du gehst genauso komisch das ist chicken walk hä ich wollte doch den dots projektor holen zum wagen achso und die bibel ja und ich wollte zum wagen machen äh der ist hier lang schade hä ja jetzt ja genau ich wollte so doof nein er huntet ja er huntet ja scheiße ja ich bin mega gut versteckt warst du das er ist fertig ich bin draußen du bist draußen oh god sei dank ich war gerade kurz vorm ausgang wie viel sanity habe ich noch ne 23 ich hab 10 oh ha mal gut dass ich rausgegangen bin ey ja dann schmeiß ich mir ein paar pillen rein und dann bringe ich nochmal das buch und den dots projektor in den raum hattest du fingerabdrücke hattest du fingerabdrücke also ich hatte jetzt da hat der ja auch nichts gemacht deswegen weiß ich jetzt nicht würde auch keinen sinn ergeben ist ja ein geist der kann ja nichts anfassen flachwitz du hast heute echt einen clown gefrühstückt oder ja also irgendwas ist doch bei dir kaputt hast du zweimal pillen genommen ja sicher ich war weg okay ich war bei 10 prozent nur noch du hast ein suchtproblem du sagst wie es ist zweimal pillen anders hält man es ja nicht aus ne überdosis und du merkst es nicht mal ne ja ich bin es gewohnt Dosis muss ich eigentlich schon wieder erhöhen ich hab doch gar keinen clown gefrühstückt oder was aber man sieht gar nichts keine orbs nix ja ich äh komm jetzt mit dem Dotzprojektor und ein Buch und dann sehen wir ja ob mal hätte ja sein können dass dass da schon was fliegt weißt du nein aber das ist ja ein krasser krasser location ey das ist ja noch eine Tür gehabt ich dachte das wäre wieder so ein kleines Ding ja war es jetzt so ein bisschen ja ich äh ich dachte dann einfach nur ich versuch die Tür mal da aufzumachen dann ging die auf und dann kam noch mehr und noch mehr hier ich versuch mal das Buch irgendwie so hinzulegen wenn das geht auf die Tasche natürlich geht's nicht dass man sie wegen reinschreiben ich hab's jetzt einfach mal zu dem Dotz gelegt kannst du das Buch sehen nö ok warum legst das nicht hier vorne also links hin rechts ja ich weiß nicht wenn ich das jetzt genau vorm Tisch platziere mach doch mal ich kann das ist das nicht im Weg nö ok dann geh ich wieder raus danger signals twitching and fidgeting constant making faces also man sieht gar nix stammering and improper breathing hm sieht man nix weiß nicht ob das auch spielbezogen ist hier was denn oh Regeln für Patienten das müsstest du dir mal durchlesen nö bin ausgebüxt vielleicht ist die Spritze auch ein Gegenstand den man sammeln kann keine Ahnung ich weiß das nicht so als Andenken ja was soll ich denn da mit mir hier hinhängen oder du machst ne Schnur dran und den um den Hals ja als Glücksbringer ja ja so wie bei dem Film in Kajuhig was haben wir überhaupt für Quest Räucherstäbchen und erschießen erschießen müssen wir den Geist erschießen? ja mit nem Fotoapparat äh 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 was? am Start vielleicht wandert der irgendwie ne als ich drin war hatte ich direkt wieder gefriert Temperaturen mein Spiegel hakt ok ja du bist weg das ist doch nicht wahr jetzt äh schlaf schön echt jetzt ich geh jetzt alleine ja ich löse das schnell ich mach jetzt ich mach äh Speedrun ja warum bin ich denn schon wieder weg? keine Ahnung was dein Problem ist ständig lässt du mich alleine ich hab dich doch nicht verärgert oder? ja das easy doch keine Problem nicht doch für mich schon weil ich jetzt hier nur sitze und hier jemandem zugucken kann beim spielen toll du kannst mir zugucken? dem abgebrochenem Nein achso 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 jaja dem anderen Gegenstand hier jajaja jaja jajaja Voll. Aha. Dem Hund. Der Katze. Der Katze. Ich will mal eine Katze werden. Wir sollten ihr Sitz beibringen. Ich bin der Meinung, die packt das. Irgendwie so Sitz, Gipfüllchen, vielleicht auch noch so Giplaut. Miau. Ich guck mich gerade an. Ich glaub, das würde funktionieren. Ich hab keinen Blick. Jennifer Nights schreibt, schreib ins Buch. Ich hab nur IMF 2. Kannst du mit mir reden? Kann ich gar nicht mehr in die Lobby eintreten? Äh, 145117. Ja, ich weiß. Ich weiß das noch. Schreib ins Buch. Ich hab halt keine Räucherstäbchen. Also wenn sie kommt, bin ich am Arsch. Aber die schnackt auch nicht mit mir. Die ist ja ganz eigen. Game closed. Schreib. Achso, weil ich in der Runde bin wahrscheinlich. Hm. Dann ist es skurril, ne? Kannst du mit mir reden? Jennifer Nights. Jetzt hab ich hier zwei Geisterboxen drin. Du, ich bin tot. Hi. Nee, ich bin nicht tot. Ich lebe. Wieder gesehen. Ich muss raus aus der Zelle. Die hat mich eingesperrt. Das war ziemlich frech. Herzkaspern. Und Schweißausbrüche. Ich hab mich erschrocken. Erschrocken. Ich muss mir unbedingt Räucherstäbchen mitnehmen. Aber weißt du, was ich skurril finde? Nee. Dass die, ähm, abgesehen jetzt von den Gefriertemperaturen, gar keinen Anhaltspunkt gibt. Also wir haben ja kein, kein Deutschprojekt. Ja, dass ich sage ja irgendwie ist komisch. Gar nix. Nix. Nee, wir haben keine. Keine Ops, keine Geräusche, nix. Doch, Geräusche hatte ich eben gerade. War nicht schön. War überhaupt nicht schön. Nimm mal die Spritze mit. Vielleicht ist die denn hier in diesen, äh, Vitrinen hier. Was soll ich denn mit der Spritze? Na, vielleicht, äh. Achso, du meinst, du meinst, ich soll die mit, also Stibitzen hier, einen langen Finger machen? Ja. Ja. Und ein Klapse, bist du sicher, da was klauen? Och, ich finde das ganz schön krass, ey. Schon gewagt, ne? Ach, hier sind die verschiedensten Kreuze, wie die verbrannt aussehen. Ja, ist ja cool. Ich weiß halt nicht, ob ich mich das traue, da irgendwie was zu klauen. Ja, genau, du. Schade, du. Ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, 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 äh. Ich weiß nicht, Alter, das finde ich schon krass. Kommen da noch mehr Gegenstände, die man irgendwann kaufen? Was heißt denn Coming Sun? Oder Soon? Er kommt bald. Er steht in der Restock Expected. Kommende Sonne. Coming Sun. Ah, ah, ah. Ah, sorry. Ich nehme jetzt nochmal die UV-Lampe mit, vielleicht hast du ja nicht richtig geguckt, aber ich kann keine drei Sachen nehmen, das ist halt ätzend. Rein theoretisch brauche ich Räucherstäbchen, wenn ich da reingehe. Und ich habe nur noch 35 Cent. Hm. Was steht denn hier dran, ey? Angenommen, wir nehmen als Beweis jetzt Gebriertemperaturen. Ähm, und die Geisterbox, weil die ja immer sehr spät kommt, dann hätte ich jetzt Morai, Onryo, Zwilling und Mimic. Für Zwilling zu wenig Interaktion mit den Räumen, würde ich jetzt so sagen. Äh, das heißt, es bleibt Mimic, Onryo oder Moroi. Soll das ein A sein. Musikbox? Hä, was sind das hier für Vitrinen, ey? Da stehen Kerzen schon drin. Das sind die verfluchten Gegenstände, die du finden kannst. Oh Mensch, Circle. Ja, vielleicht ist die Spritze ja auch einer. Äh, nee, da ist doch die Musikbox. Reacher, Jujabot. Jujabot. Ghetto Blaster ist doch da drin. Hm, Dotzprojektor ist raus. Das heißt, äh... Ist raus. Kleinen Moment, äh, Fingerabdrücke sagst du nicht. Buch, Orbs, Orbs sind raus. Mimic und... Das heißt, wenn's der wäre, äh, wer ist noch das Buch? Äh, Morai sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen. Oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Stärken. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Morai. Schwächen, Morai leiden an Hypersomnie. Oh, mein... Liest du so komisch. Hypersomnie. Ein sehr stark ausgeprägtem Geruchssinn, was für längere Zeit... Es ist der Moroi, würd ich sagen. Wegen der Räucherstimmchen. Nein, aber ich mein jetzt, wegen der Räucherstäbchen würde ich das jetzt sagen. Das ist der, äh, Morai ist da. Dann wäre es das Buch. Aber ins Buch hätte der doch reingeschrieben. Aber es würde halt mit der Nase passen, äh, weil die halt dann lange Zeit geschwächt sind. Wegen den Räucherstäbchen, würd ich das sagen. Ähm, je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden sie. Das heißt, äh, er kam ja auch erst, als unsere Sanity mega runter war. Und er zieht ja ganz schön Sanity. Ganz anders als der, ähm, also vom Verhalten her anders als der Mimic. Und du bist halt verflucht gewesen. Die hat dich verflucht, du hast deine Spritze nicht genommen und deswegen bist du hier verschwunden. Ja, genau. Vielleicht bist du unsichtbar. Ich bin jetzt in den schiefen Turm. Okay, soll ich mal versuchen? Ach doch. Komm, auf gut Glück, weil du rausgeflogen bist. Irgendwie spinnt hier irgendwie grad alles. Es hat das nach mir geworfen. Es hat nach... Was? Jetzt hab ich... Der Geist hat was nach... Du hast, äh, Notizzettel, ne? An der, an der Pinnwand, da hängen Fotos. Und dann steht da auch, ob die was geworfen haben. Das war der Schild. Schade, Schokolade, falscher Geist, falsche Indizien. Wir wurden im Stich gelassen und absolut in die Irre geführt. Ja, also, äh, ist absolut nicht unsere Schuld. Jasmin ist schuld. Ich hoffe, die Runde hat gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.